Ich bin überzeugt, dass wir mehr Polizeipräsenz brauchen. Es kann doch nicht sein, dass man als junger Mensch abends eine Disco verlässt und vor der Disco dann solche Übergriffe mit ansehen muss. Ich glaube, das verstört sogar junge Menschen, auch im jungen Erwachsenenalter, wenn man Zeuge solcher Taten wird. Es braucht unbedingt mehr Polizeipräsenz. Wir haben ja Polizei hier und ich frage mich manchmal, warum setzt man die nicht noch mehr ein, gerade in den Nachtstunden. Es ist sehr unangenehm. Ich höre das auch ganz oft von Müttern, die sich Sorge machen, wo die Kinder halt schon im Alter, im Ausgehalter, im Discoalter sind, die sagen, ich habe wirklich Angst, mein Kind ausgehen zu lassen, weil ich nicht weiß, ob es noch heil nach Hause kommt. Ich würde mir da auch wünschen, wenn es heißt, der von der letzten Seite der Landesregierung, es gibt ja schon längst diesen Sicherheitstisch, wo arbeitet der denn? Wir müssen die Probleme konkret angehen. Wir müssen uns auch hinterfragen, warum kommt es zu solcher Gewalt? Also mich erschreckt es wirklich, zu welchen Übergriffen es kommt.